Früher war alles besser. Keine abgedroschene Phrase, sondern ich habe den ultimativen Beweis gefunden. Und zwar anhand 35 Jahre alten Fotomagazin. Die hatten nämlich noch ausdrucksstarke Porträts auf der Titelseite. Oder heute hingegen Schlösser, Burgen und Miezekatzen. Na, dann werde ich doch noch ein wenig in der Vergangenheit schwelgen. Oh, erste Kamera mit Autofokus. Ihre Bilder werden automatisch scharf.